Hallo und herzlich willkommen bei DEWI Dividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. Heute möchte ich euch mal einen der klassischen Öl-Multis vorstellen, der schon seit über einem halben Jahrhundert die Dividenden verlässlich gezahlt hat. Royal Dutch Shell ist eines der weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen. Shell ist über den gesamten Prozess der Energiewirtschaft beteiligt und damit in mehr als 140 Ländern aktiv. Das bedeutet, dass Shell die Erforschung und Exploration von Erdöl- und Erdgasvorkommen übernimmt, sowie die Weiterverarbeitung, Logistik und den Vertrieb entsprechender Endprodukte. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge jeglicher Art, also LKWs, Autos, Schiffe und Flugzeuge, sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden, ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien für Industrieunternehmen, welche diese zu Plastik-, Oberflächen- und Reinigern weiterverarbeiten. Namensgebend war der Ursprung des Unternehmens, denn obwohl die Shell-Gruppe selbst 1907 gegründet wurde, stammt der Name und das Logo von einem englischen Kuriositätenhandelsgeschäft, was sich 1833 auf dekorative Muscheln fokussierte, die aus Fernost importiert wurden. Die Söhne des Gründers wandelten das Handelsgeschäft von einem Muschel-Importunternehmen zu einem Import- und Exportunternehmen für Kerosin, welches damals vorwiegend für Beleuchtungszwecke genutzt wurde. 1890 kam es zur Entscheidung, Tankschiffe zum Öltransport unter dem Firmennamen The Shell Transport and Trading Company zu bauen. Dieses Transportgewerbe wurde im Weiteren ergänzt durch Förderungs- und Raffinierungsanlagen von Öl. Der Name Shell wurde trotz der veränderten Geschäftstätigkeit als Gedenken an den Gründer beibehalten. Durch den Zusammenschluss mit einem niederländischen Unternehmen war Royal Dutch Shell geboren. Für alle, die es nicht wissen, Dutch steht für niederländisch. Das Royal im Namen rührt nicht etwa von Verbindungen zur englischen Krone, sondern von dem ehemaligen Großaktionär der Shell-Gruppe, dem niederländischen König Wilhelm III. Die Königsfamilie, die damals 25% der Anteile hielt, besitzt heute immer noch 3,5% der Shell-Aktien. Dass Shell aus einem niederländischen und britischen Unternehmen entstanden ist, merkt man auch heute noch, da es sowohl eine A- und eine B-Aktie gibt. Für Einkommensinvestoren, die ihren Hauptwohnsitz in einem Land mit niedriger oder gar keiner Kapitalertragssteuer haben, ist hier die B-Aktie von besonderem Interesse, da sie zwar dieselben Aktionärsrechte verbrieft, aber nach britischem Recht keine Quellensteuer einbehalten wird. Heute ist Shell nicht nur einer der größten Energiekonzerne der Welt, sondern engagiert sich vermehrt auch im Bereich der erneuerbaren Energien sowie im Bereich der Biokraftstoffe. Shell besitzt neben Photovoltaikanlagen und Windparks auch Beteiligungen an vielen innovativen Unternehmen und investiert Geld in die Forschung, um langfristig gesehen die Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu reduzieren. Shell ist sich zwar auf lange Sicht bewusst, dass es einen Wandel im Geschäftsmodell geben muss, aber anders als viele behaupten, wird uns dieses vermeintlich dreckige Geschäft wahrscheinlich noch Jahrzehnte begleiten. Die bereits jetzt wirtschaftlich förderbaren Ressourcen würden bei konstantem Verbrauch noch die nächsten 50 Jahre reichen. Weltweit werden die insgesamt förderbaren Mengen nochmal auf das Dreifache davon geschätzt. Nicht nur das Angebot ist für die nächsten Jahre gesichert, sondern auch die Nachfrage, denn der weltweite Verbrauch wird trotz E-Autos und Plastik-Sparmaßnahmen voraussichtlich bis ins Jahr 2050 ansteigen. Das liegt vor allem am Energiehunger der aufstrebenden Länder, aber auch an der vielfältigen Einsetzbarkeit von Erdöl. Im Alltag bestehen nicht nur Kraftstoffe ursprünglich aus Erdöl, sondern auch diverse Produkte, wie Kosmetika, Kaugummi, Kleidung oder auch Bettmatratzen. Fast überall steckt ursprünglich Erdöl drin und selbst wenn weniger Benzin verbraucht wird, stecken in einem Elektroauto ja trotzdem wahnsinnig viele Teile, die auf Erdölbasis sind. Man kann das Ganze gut oder schlecht finden und man kann das Ganze selbstverständlich auch aus klimatechnischen Gründen kritisieren, aber klar ist, dass Erdöl gebraucht wird und Royal Dutch Shell ist hier ein gut positionierter Anbieter, der auch an eine dekarbonisierte Zukunft denkt. Positiv zu erwähnen sind bei Royal Dutch Shell gleich mehrere Dinge. Zum einen hat das Unternehmen eine beeindruckende Historie mit zwei überstandenen Weltkriegen und das obwohl die deutschen Produktionsstätten von Shell auch strategische Angriffsziele von alliierten Bombern waren. Auch Teilverstaatlichungen in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Sowjetunion hat das Unternehmen überlebt. Dass Shell so unkaputtbar zu sein scheint, liegt sicher auch daran, dass Öl einfach unverzichtbar in jeder zivilisierten Gesellschaft geworden ist. Zum anderen ist Shell im Gegensatz vieler Meinungen nach meiner Einschätzung nach sehr gut für die Zukunft positioniert. Das Erdölgeschäft ist eine klassische Cash Cow, die man jetzt noch Jahrzehnte lang melken wird und währenddessen kann man immer einen Teil der Gewinne in Alternativen investieren. Die enorme Finanzkraft von Shell sowie die Zeit, die Shell noch hat, bis es auf Alternativen angewiesen sein wird, geben dem Management einen überaus komfortablen Spielraum, um auf Entwicklungen in der Welt zu reagieren und sich mit entsprechenden Produkten zu positionieren. Meiner Meinung nach ist in Anbetracht der begrenzten Vorkommen von seltenen Metallen nicht klar, ob der Elektromotor der Antrieb der Zukunft sein wird und sollte es entsprechende Lösungen aus dem Bereich der Biokraftstoffe geben, die dann CO2-neutral sind, hätte Shell jetzt schon eine Infrastruktur zum Vertrieb. Aber auch in einer Welt mit Elektromobilität kann Shell durch das große Tankstellennetz profitieren. Perspektivisch könnte das Unternehmen, ähnlich wie Brookfield Renewable Partners, aber auch zu einem Unternehmen werden, was profitabel erneuerbare Energien gewinnt und einspeist. Die Finanzkraft für so einen Wandel hätte Shell auf jeden Fall. Risiken weist das Geschäft natürlich auch auf. Durch die Bohrungsaktivitäten kam es immer wieder zu kleineren oder größeren Umweltschäden, was für Klagen und Strafzahlungen sorgte. Außerdem steht Shell unter Kritik, ein Hauptverantwortlicher für den Klimawandel zu sein. Das politische Risiko und das juristische ist also durchaus existent, allerdings verliefen viele Prozesse in der Vergangenheit im Sande. Ein Unfall wie im Golf von Mexiko, welcher durch BEP verursacht wurde, wäre natürlich auch für Shell eine enorme finanzielle und imagetechnische Belastung. Operativ gesehen ist das Unternehmen relativ stark abhängig von der Ölpreisentwicklung. Bei niedrigen Ölpreisen besteht die Gefahr aufgrund von vielen Fixkosten, Verluste zu machen, aber da bei niedrigen Preisen die Produktion gedrosselt wird, verknappt sich das Angebot und der Preis steigt wieder. Gleiches gilt bei hohen Ölpreisen, da dort die Kapazitäten ausgereizt werden und durch das erhöhte Angebot der Preis wieder sinkt. Perspektivisch wird Shell langfristig aber wahrscheinlich von einem steigenden Ölpreis profitieren, da die Förderung von Vorkommen immer aufwendiger wird. Royal Dutch Shell weist aktuell eine attraktive Dividendenrendite von mehr als 6% auf und hat eine Marktkapitalisierung von 230 Milliarden Euro. Betrachten wir jetzt die Zusammensetzung des Umsatzes nach Regionen und wir können hier in der Grafik grundsätzlich eine sehr gute Diversifikation erkennen. Shell unterscheidet die Regionen Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, USA und die Other Americas, also Kanada und Lateinamerika. Wie in der Grafik zu erkennen ist, ist Shell geografisch sehr gut diversifiziert und macht sich damit auch unabhängiger von den Entwicklungen und Regularien in einzelnen Ländern. Zukünftig werden für Shell wahrscheinlich Asien, Afrika und Lateinamerika immer mehr von Bedeutung sein, da dort der Öl- und Gasverbrauch pro Kopf in den nächsten Jahren noch deutlich steigen wird. Betrachten wir jetzt die Dividendenhistorie. In diesem Balkendiagramm sehen wir jetzt die annualisierten Dividenden, die Shell quartalsweise zahlt und wir erkennen trotz schwankender Ölpreise eine sehr konsistente Dividendenpolitik. Shell zahlt seine Dividenden in US-Dollar und hat diese seit dem Weltkrieg, also seit 74 Jahren, nicht nur nicht gesenkt, sondern auch regelmäßig erhöht. Allein aufgrund dieses Track Records wird das Management alles dafür tun, diese Zahlungsströme an die Investoren aufrechtzuerhalten. Nicht ohne Grund nennen manche die Shell-Aktie auch einen Anleihenersatz. Seit 2005 haben sich die Dividenden fast verdoppelt und in den letzten Jahren wurden die Zahlungen aufgrund der niedrigen Ölpreise nur konstant gehalten. Hier sehe ich in den nächsten Jahren aber auf jeden Fall mehr Potenzial. Positiv ist auch, dass Shell einen vergleichsweise hohen Anteil seiner Erlöse im Raffinerie- und Tankstellengeschäft erzielt. In diesen Bereichen können auch noch bei niedrigen Ölpreisen passable Gewinnmarschen eingefahren werden. Kommen wir jetzt zum Chart. Im Kurs erkennen wir tatsächlich seit Jahren keine große Veränderung. Die Aktie bewegt sich entsprechend der Ölpreisentwicklung, aber trägt kurstechnisch nicht zur Wertschöpfung für die Aktionäre bei. Allerdings muss das für mich als Einkommensinvestor auch nicht unbedingt sein. Kommen wir jetzt noch zur Gewichtung. Royal Dutch Shell ist ein echtes Basisinvestment für Einkommensinvestoren, was wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte verlässlich die Dividenden ausschütten wird. Dementsprechend ist Shell auch fester Bestandteile diverser Fonds und ETFs mit dem Fokus auf Einkommensströme. Meiner Meinung nach kann man sich ein solches Unternehmen mit bis zu 5% im Gesamtdepot gewichten, da die Verlässlichkeit sehr hoch und die Risiken durchaus begrenzt sind. So, das war es jetzt erstmal zum Öl-Multi-Shell. Das Ganze war jetzt natürlich keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Aktienempfehlung. Außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit daher gebotenen Daten und Informationen. Dementsprechend auch keine Haftung für edwige Verluste aufgrund von Falschinformationen. Das ist alles nur meine persönliche Meinung und jeder sollte sich auf Grundlage einer eigenen Recherche, sie ist eine eigene Meinung bilden. Das war es jetzt von meiner Seite und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder interessante Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald!